Ja hallo, hier ist Jonas von Steinschere W20 und falls ihr euch wundert, dass ihr mich nicht seht, ich nehme das jetzt mal mit meinem Handy einfach auf, weil ich wollte schon länger mal ein Shelfie machen und mal ein bisschen meine Rollenspielsammlung zeigen. Genau, das ist mein Regal, das da oben ist jetzt nicht so interessant, das sind so ein paar Manga, die ich noch habe und Romane und mein Spock-Kalender mit jedem Monat einen sehr schönen Spock-Zitat. Aber die interessanten Sachen sind eher hier unten, das ist alles Rollenspiel-Kram, da unten rechts auch, unten links teilweise und ja gut, da sind noch ein paar Brettspiele und so. Ja genau, ich würde sagen, ich fange einfach mal hier oben an. Ja, ich mühe mich stark nicht zu doll zu wackeln, ich hoffe das wird was. Ja, hier das ist eigentlich hauptsächlich DSA-3-Kram, noch die guten alten Boxen von Schmidt-Spiele. Dann natürlich DSA-4-1, kennt ihr alle. Ja, auch jetzt ganz aktuell DSA-5, habe ich noch nicht so viel Kram. Wird sich wahrscheinlich demnächst irgendwann mal hoffentlich steigern, also ich habe eigentlich gerade nur das Regelwerk in der DSA-5-Version und jetzt ganz aktuell auf dem Redcon gekauft, den Almanach, hier das Travia-Vademekum. Ja, noch ein bisschen DSA-4-1-Kram, ja, es ist ein bisschen unsortiert teilweise. Also hier kennt ihr ja aus unserem Lieblingsbücher-Video, das gute Aventurien-Lexikon, Cyberpunk, Eclipse Phase waren auch drin. Die Bücher hier kennt ihr teilweise aus dem, ich glaube allerersten Video, die Rollenspielbücher mit den schlechtesten Layouts, hier Fates Worse Than Death und Digital Burn war glaube ich auch dabei. Genau, hier rechts geht es dann weiter mit ganz viel Splittermond-Kram. Ich muss jetzt dazu sagen, dass diese Tickleiste und dieser Spielleiterschirm nicht meins sind, das sind Haukes. Aber die sind hier, weil wir hier meistens spielen. Ansonsten ist meine Splittermond-Sammlung, was Bücher angeht, glaube ich relativ vollständig. Ja, das Regelwerk habe ich sogar zweimal, einmal in der praktischen DIN-A5-Version und einmal in der normalen Version. Dann der eine Ring, wo wir auch neulich eine Rezension zu gemacht haben, hier ist natürlich Pathfinder. DIN-A5, bisschen nur das Players-Handbook, jetzt ganz aktuell gekauft, 13th Age. Das wurde ja jetzt gerade reduziert auf 20 Euro, da konnte ich natürlich nicht mehr widerstehen, wie das bei mir so ist. Ja, das hier sind nur so Kram vom Redcon noch, den es da kostenlos gab, wie so ein DSA-Abenteuer und so. Und ach ja, genau, so ein erstes Starfinder. Okay, das ist jetzt runtergefallen, macht nichts. So ein erstes Starfinder, ja, so ein erster Kontakt, haben die das genannt. Auch ganz interessant, weil ich Starfinder auch sehr interessant finde. Hier D&D, 3,5 Kram. AD&D, ich glaube, das ist die Second Edition, da bin ich ehrlich gesagt selber überfragt. Aber hier diese Boxen waren das mit diesen roten Heften. Und auch für AD&D, das werde ich auch auf jeden Fall nie verkaufen, glaube ich. Meine, äh, ich soll mich nicht mehr in der Seite räumen. Darksun-Hefte. Darksun ist ja mein Lieblings-D&D-Setting, deswegen werde ich das, also außer es gibt mal irgendwie, sie legen das mal neu auf, dann würde ich vielleicht den alten Kram mal loswerden. Aber solange es noch kein aktuelles Darksun gibt, wird dieses alte Darksun auf jeden Fall bei mir bleiben. Äh, ja, gehen wir nochmal eine Etage runter. Ähm, was haben wir denn hier? Ja, genau. Ähm, ja, Obsidian ist auch so ein, ach, das habe ich irgendwann mal gekauft und war auch nicht so super, soweit ich es in Erinnerung habe, so ein postapokalyptisches Rollenspiel. Hier, das war, glaube ich, auch in dem schlechtesten Layout mit drin, hier dieses, äh, Last Exodus. Hier, das ist ja überhaupt kein schlechtes Layout, sondern das schicke, die Genesis, die Rebirth Edition. Da werden wir sicherlich auch nochmal ein Video zu machen, wenn ich irgendwann mal dazu komme, das zu lesen. Contact hatten wir auch schon mal, äh, ein Video drüber gemacht. Ähm, was haben wir denn dann noch? Herr Labyrinth Lord hatten wir auch mal gespielt. Nun, Minera, ähm, haben wir ja auch schon ein Video zu gemacht. Hier dann, ah ja, das fand ich auch sehr schön, hier diese Midgard, ähm, ich glaube es sind Einsteiger-Büchlein sozusagen, weil ich fand es sehr gut. Wir hatten ja mal dieses Video über Einsteiger-Kram und da haben wir auch über dieses, dieses Midgard-Einsteiger-PDF geredet. Es gibt aber auch diese Büchlein, ähm, die sehr schön sind, weil da ist ein Comic drin und Regeln und, äh, das ist halt klar quasi eine kleine Mini-Kampagne. Das fand ich sehr schön, das Format, vielleicht machen wir da auch irgendwann nochmal ein Video drin. Ja, ein bisschen Savage-Worlds-Kram, was habe ich denn hier noch? Äh, ach ja, Kobolds Ate My Babies und Org, hier oben auch Fiasko. Das muss ich auch irgendwann mal ausprobieren, das soll super sein, habe ich gehört. Äh, Deprofundes, das Briefrollenspiel, falls es irgendwer kennt. Das ist so ein leicht, zu luides Briefrollenspiel. Ist eigentlich auch sehr witzig, äh, nur, naja, man muss halt viel schreiben, weil es halt ein Briefrollenspiel ist. Äh, Sengoku hatten wir auch in unserem schlechtesten Layout-Video, ähm, Legend of the Five Rings. Was habe ich hier noch? Ach ja, dieses Lotland, dieses, äh, Unterwasser-Rollenspiel, wer das noch kennt. Deadlands, Private Eye, auch relativ aktuell gekauft. Engel, natürlich, für Engel fehlen mir leider die, ähm, die Karten zum Spielen. Ich weiß nicht, die sind mir irgendwie abhandengekommen. Hätte ich gerne wieder. Das ist hier, ist ja auch das Traumsaatbuch für Engel, das ist ja das Kreaturenbuch mit den Monstern. Das ist, finde ich, immer noch eines der besten Monster-Handbücher, sozusagen, für ein Rollenspiel, die ich jemals hatte. Dann hier das, äh, Dungeon-Alphabet, ähm, Torchbearer, was ich auch irgendwann nochmal spielen muss, wenn ich es endlich mal gelesen habe. Ähm, es soll ja auch sehr toll sein, ähm, so ein Dungeon-Crawl-Rollenspiel mit vielen, äh, Elementen, ähm, ja, dass man so ein bisschen gucken muss. Ähm, also ich glaube, es soll immer so enden, dass man quasi kaum noch Essen hat, äh, die Kerzen gehen aus und man wird langsam wahnsinnig und alle sterben. Ähm, und das gilt es quasi zu verhindern oder zu überleben. Dann hier, äh, Big Eye, Small Mouth, ähm, hab ich auch nie wirklich gespielt, haben uns mal Charaktere gemacht, glaube ich, vor U-Zeiten. Ähm, ja, ist halt so ein Anime-Rollenspiel. Dann hier mein Hollow-Earth-Expeditions-Kram. Dungeon-World habe ich, äh, die, äh, die englische Version habe ich nicht ganz durchgelesen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich war sehr versucht jetzt beim, beim deutschen, ähm, ja, bei der deutschen Vorbesteller- bzw. Crowdfunding-Aktion von System Matters mitzumachen. Habe mich dann jetzt aber erstmal doch dagegen entschieden, obwohl ich das sehr interessant finde. Dann habe ich hier noch kleine Ängste und, ah ja, das ist so ein, so was Obskures, das ist Karma, das war von Feder und Schwert mal so ein, ähm, ja, so ein, so ein Fantasy-Rollenspiel. Da kam auch nur dieses Grundregelwerk raus. Ich glaube, mehr gab es davon nie. Ähm, hatte so ein komisches Würfelsystem, ich habe es auch nie gespielt, ich habe es ein bisschen drum rumgelesen. Hatte so ein komisches Würfelsystem, was irgendwie, wo man so Muster würfelt und die dann irgendwie, glaube ich, interpretieren muss oder so, ja. Habe ich auch nie irgendwie viel drüber gelesen oder so, ist so ein, so ein, äh, ist, glaube ich, sehr schnell wieder in der Versenkung verschwunden. Ja, dann auf der Seite geht es weiter mit dem einen, was habe ich denn hier noch? Ah, das ist der aktuelle Spielleiterschirm, den ich übrigens sehr hübsch finde, von Cthulhu. Das sind zwei alte Cthulhu-Bücher, das ist Second Edition, Spiele-Handbuch und Spieleiter-Handbuch. Ganz viel 201-D-Shade-Run, alles 201-D-Shade-Run. Ähm, mit dem Shade-Run habe ich auch angefangen. Ähm, Vierer-Edition-Shade-Run, meiner Meinung nach fast die beste Shade-Run-Edition. Ähm, ja, Shade-Run 5 habe ich auch Kram hier, natürlich auch hier auch das 2050, was ich mir irgendwann, muss ich das mal spielen. Das Retro-Shade-Run nach neuen Regeln. Auch natürlich den Spielleiterschirm und alles, ähm, wobei wir ja momentan hauptsächlich Shadowrun Anarchy spielen. Das habe ich allerdings nur als PDF-Hauke hatte, das, äh, das deutsche, als Hardcover. Fracked Empire, was ich beim, da habe ich ja auch beim, ähm, Crowdfunding mitgemacht, möchte ich unbedingt mal ausprobieren. Transhuman Space ist so ein Gruppes-Ding, habe ich ehrlich gesagt nie wirklich gespielt. Ähm, ja, und hier ist noch sowas von diesen eher obskuren Dingen. Das ist auch ein eigenständiges Rollenspiel, soweit ich weiß, High Colonies. Ähm, habe ich nie gespielt irgendein Science-Fiction-Weltraum-Rollenspiel, was in dieses kleine Heftchen passt. Keine Ahnung. Falls jemand da mehr drüber weiß, kann er mir gerne auch über Karma, kann er mir gerne was dazu schreiben. Ach ja, hier habe ich sogar noch ein bisschen Traveller, diese kleinen Traveller-Hefte. Habe ich auch nie gespielt, besitze ich aber. Ähm, was ist hier? Ach so, ja, gut, hier ist so ein bisschen ein Modell, was ich schon immer mal bauen wollte. Die Seattle-Box, das wird wahrscheinlich unser nächstes Video werden. So, Seattle-Box. Ähm, was habe ich hier noch? Die Splitter-Mond-Einsteiger-Box ist auch Haukes-Kram. Das hier ist so ganz viel Haukes-Kram, was er hier so gebunkert hat. Ähm, was haben wir hier noch? Ah ja, genau. Hier kommen wir dann zur aktuellen Cthulhu-Edition. Äh, da habe ich mir auch dieses Bestimmungsbuch der unaussprechlichen Kreaturen auf dem Nordkorn gegönnt. Das ist auch natürlich super toll, finde ich super hübsch ist das geworden. Dann, oh ja, mein besonderer Schatz hier oder hier eigentlich alles hier in der Ecke. Also, Unknown Armies, finde ich ja, liest sich super toll. Ähm, fand ich immer schwierig zu spielen, weil ich immer nie so richtig wusste, was sollen die Charaktere da eigentlich machen. Kult natürlich, ne, das gute alte Kult. Das habe ich auch noch mit, äh, O-Kult und, äh, diesem Spielleiterschirm und diesem Elizabeth Seymour. Oh, ich glaube, das ist eine Kampagne oder so. Muss ich irgendwann auch mal wieder reingucken, weil ich Kult eigentlich immer super fand. Ähm, dann geht es hier weiter mit It Came From The Late 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 Show. Ach, oh, nicht vergessen Symbarum. Da werden wir sicherlich auch nochmal ein Video drüber machen, was ich das auch gewünscht wurde. Ähm, All Flash Must Beaten habe ich das Grundregelwerk auch. It Came From The Late 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 Show habe ich sogar doppelt. Ähm, ist so ein Rollenspiel, wo, ja, ein Horror-Rollenspiel, B-Movie-Horror-Rollenspiel, wo man aber, also nicht sehr ernst gemeint. Man ist auch ein Schauspieler. Also, wenn man stirbt, dann stirbt eigentlich nur das Stunt-Double und so weiter. Äh, Spooky ist, glaube ich, so ein allgemeiner Leitfaden für, genau, The Definitive Guide to Horror-Gaming. Ähm, Hunter habe ich hier auch, das habe ich auch tatsächlich relativ viel gehört. Ich glaube, das ist sogar das, was ich am meisten gespielt habe von den ganzen World-of-Darkness-Sachen. Fand ich immer sehr klasse, Hunter. Äh, Werewolf Dark Ages, Vampire Dark Ages, ähm, Sabath-Handbuch. Ich bin, äh, ich habe gerne La Sombra gespielt, weil Vampire. Ja, die Jubiläumsausgabe von Vampire, weil mir meine Vampire-Zweite-Edition-Ausgabe, nämlich, äh, ja, ich habe sie verliehen und nie wiederbekommen. Skandal. Ja, noch mehr Vampire-Kram. Und hier, äh, die drei Narrativa-Spiele. Wer es nicht kennt, das sind diese, äh, ja, eigentlich aus dem Englischen. Wurde übersetzt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das gemacht hat. Ich glaube, Ulysses. Ähm, äh, das ist das, ähm, wie hießen die denn? Hunde im Garten des Herrn, ähm, und, äh, stets zu Dienstmeister und dieses Montesigur, oder wie das auch immer heißt. Äh, sehr tolle Indie-Rollenspiele sollen das sein. Hunde im Garten des Herrn habe ich irgendwann mal vorher schon, äh, gespielt. Äh, so ein bisschen mit sehr coolen Ideen. Die boxen da super viel cooler Kram drin. Ich habe jetzt keine Lust, sie rauszuholen, aber, äh, sehr schöne Spiele. Werde ich vielleicht auch nochmal, oder werden wir vielleicht nochmal ein Video drüber machen, wenn wir irgendwann mal endlich dazu kommen, die zu spielen, ähm, habe ich sehr günstig bekommen. Ich habe sie tatsächlich, äh, bei Ebay irgendwann zu einem, neu zu einem Preis geschossen, alle drei, was eigentlich eins hätte kosten sollen. Also ich glaube, ich habe, lass mich jetzt nicht lügen, aber 50 oder 60 Euro für eine Box, glaube ich, bezahlt. Und das, äh, für alle Boxen bezahlt und das sollte sonst eine kosten. Ähm, ja, das, damit habe ich auf jeden Fall einen Schnapper gemacht, weil, äh, die sind die Boxen anscheinend nicht wirklich losgeworden. Was schade ist, weil es, glaube ich, sehr gute Spiele sind, von allem, was ich so darüber gehört habe. Ja, das war auch mal eine kleine, feine Sammlung. Ich habe noch ein paar Sachen als PDF, aber das ist ja nicht so interessant. Ich glaube, Earthdawn habe ich noch die Grundregelwerke als PDF gekauft, mal. Und, ja, aber das war so eigentlich der hauptsächliche Kram. Ähm, ich habe halt hauptsächlich, äh, viele Systeme, habe ich so das Gefühl. Relativ zumindest, es gibt natürlich immer Leute, die deutlich mehr haben. Äh, aber gar nicht so viele Bücher zu den meisten Systemen. Äh, ich glaube, wenn man jetzt mal von Splittermond und vielleicht Shadowrun 201 absieht, habe ich eigentlich immer gar nicht so viel Kram für die einzelnen Systeme. Gut, DSA, klar, ein bisschen, aber da gibt's ja auch so viel. Joa, naja, das war mein Regal. Wie sieht's bei euch aus? Äh, macht gerne irgendwie Fotos und packt die in die Kommentare oder wie auch immer. Oder wenn ihr zu irgendeinem der Spiele was zu sagen habt, schreibt's gerne rein. Joa, bis denn. Ciao, ciao. Joa, bis denn.